Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. Ja, es geht endlich weiter. Kurz Erklärung, was alles passiert ist. Erst wurde mein Internet gedrosselt, wegen Umbaumaßnahmen bei uns in der Stadt. Von meiner nun auch wundervollen 16k Runde auf 2k, also aufnehmen und hochladen unmöglich. Ich hätte für eine Folge wirklich 27 Stunden gebraucht. So, deswegen musste ich eine kleine Pause machen. Geht aber jetzt endlich weiter. So, und währenddessen, hätte man meinen können, ja komm, kannst du wenigstens irgendwie mit ein paar Legs noch was aufnehmen. Was ist jetzt Wundervolle? Dann noch schön die Grippe. Mir geht es jetzt nochmal in dem Sinne besser, ich hab schon mal keine Halsschmerzen mehr. Ja, muss aber noch ab und zu mal kurz was husten. Fieber ist auch schon größtenteils weg, also Earth geht weiter. So, und ich wollte nochmal, als ich hier, bevor das alles passiert, wollte ich nochmal kurz was kipps. Zeig, ha. Da wird es nicht Zeichnack nicht am Server, und hier wird das Dach abgerissen. Und kriegst noch eine neue Bude hingesetzt. Ja, ich hatte vorher noch angefangen eine neue Bude zu bauen, bevor ich so flach gefallen bin. Hier müssen wir nur noch die Decke fertig kriegen. Ich hab gedacht, hier so als neue Base. So, also ich werd schon drauf achten, dass ich möglichst wegdrehe. Im Notfall, wenn ich merke, dass es so langsam wird, hab ich hier mein Mikro noch schön, was ich mir jederzeit ausschalten kann. Auf jeden Fall. Ich hab mir überlegt, hier so Arthondel, obendrauf Botania. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Vielleicht hier Ars Magica. Farmcraft würde ich eher eine Nummer darunter setzen. Ähm, das ist ihn. Okay. Ja, hier schön über Elevator kommt es dann in den untersten Keller. Und dann vielleicht hier irgendwie so ein bisschen Verarbeitung oder sonst etwas rein. Blood Magic werden wir schon ein eigenes, äh, Gebäude noch verbauen. So, das hier werde ich jetzt nur noch abreißen. Den Berg werde ich jetzt auch noch was anpassen, beziehungsweise erstmal hier da, ähm, Liquid Ethereum, oder wie das heißt, noch abschöpfen. Ich weiß nicht, inwiefern wir das noch brauchen werden. Ja, und hier die Bässe werde ich so nach und nach verschwinden lassen. Weil ich mir was überlegt habe. Und zwar möchte ich einmal hier und... Entschuldigung, der kam unerwartet. Also hier. Und hier möchte ich, ähm, schauen, dass ich zwei Frosty Farmen benutze. Eine für Bäume, eine für, ähm, Gewächs. Also Pflanzen und so etwas. So, das nächste. Man könnte jetzt fragen, woher habe ich das Jetpack. Das habe ich geschenkt bekommen vom lieben Trapper. Also, wenn ihr das hier siehst. Vielen Dank, Junge. So. Da musste ich mich jetzt gerade mal, das wäre zu laut geworden. Dann, was ich heute mal gerne vielleicht machen würde. Ich habe hier so einige Briefe bekommen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das dürfen alle sein. Schauen wir mal rein. Äh, der war von Relativ. Der hier ist vom Olli. Ja, die haben nämlich beide, äh, Federn... Nee. Relativ hat er mir, äh, Federn geschickt. Und Olli hatte mir Grasblöcke geschickt. Ähm. Was hatte mir der Grey Panther nochmal geschickt? Ich meine, der hatte mir auch Federn geschickt, weil ich halt viel für das Gebäude gebraucht habe. Äh, ja, Street hatte mir, da ich ein paar Essensprobleme hatte, ja, hier so ein Fresspaket zusammengestellt. Der hat hier Mischer. Ja, der hatte gute Dienste erwiesen. Und stimmt, der Relativ hatte mir auch noch, wo haben wir ihn? Hier, zwei Endrella Seeds auf 10, 10, 10 geschickt. Auf jeden Fall, danke dafür. Und der Mischer XXX9... 9? Gar nicht so gerettet. Hat mir auch noch was geschickt. Ähm. Nen Furnace Generator mal 8. Auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an alle Leute. Äh, wir werden... Moment. Die Briefe... Ich hatte noch Briefe, wo waren die? Wo habe ich die Briefe hingetan? Äh. Letter? Woher sind die hinge... Raten? Ah, hier. Oh, hier ist noch einer von Mischer. Oh, okay. Gut, ähm... Boah, ey. Das ist schlimm. Ich trinke mal gerade von meinem Tee was. In der Hoffnung, dass es was hilft. Ich würde mich jetzt gerne erst mal bei den Leuten hier bedanken, bevor wir wirklich so weitermachen mit, äh, Technik mäßig. Und wer mich kennt, der könnte vielleicht schon wissen, was ich vorhabe. Hier sieht man es schon. Ich will hier wieder den besonderen Valentine's-Blog machen. Ähm, wer nicht weiß, wie so ein Valentine's-Blog, das ist tatsächlich mittlerweile so etabliert bei mir. Ja, ich bin, ich würde sagen, ein kleiner Portal-Fan. Also, ich habe das schon ab und zu mal durchgespielt. Und hier die Blöcke. Ich, ähm, steht da schon dran. If it's big, I wouldn't touch it. Wenn man sich den mal genauer anschaut. Das ist so ein Companion Cube von Portal... 1 und 2. Ich glaube, generell aus Portal. Da kommen beide Teile vor, genau. Äh, Portal 3. Äh. Wird mit Steinen gebaut und kann mit der Achse abgebaut werden. Alles klar. So. Gut, ähm, was ich damit jetzt vorhabe. Die mir jetzt alle hier so... was geschenkt haben. Wir werden jetzt zum Beispiel einen kleinen... Valentine's-Blog bereichert. Auf jeden Fall kriegt der Relativ ein. So. Unterstrich. Relativ. Unterstrich. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Genau. Äh, dann machen wir das einmal ganz kurz. Äh, dann bin ich mir das... Ich hoffe, ich kann da rein Copy-Pasten. Machen wir mal gerade so. Jawoll. Sehr schön. Ähm. Und dann schreiben wir hier einen Text. Als Dank für deine Mühen, den lokalen Deutsch-LP zu unterstützen, äh, unterstützen. Wirst du heute reich belohnt. Hier dein eigener... Companion-Cube. Behandle ihn gut. Und er wird dich niemals hintergehen. MFG. Ne, komm. Mit freundlichen grüßen. Deutsch-LP. So, Steuerung A, Steuerung C. Kann man hier... Kann man jetzt nicht weiter unterscrollen? Moment. Moment. Okay. Machen wir mal so. Dann eine Briefmarke. Vielleicht reichen ja schon die hier. Okay. Zwei von denen. Geht rau. Ja, okay. Gut. Dann... Ähm... Schmeißen wir die Briefe vom Relativ hier wieder rein. Flupp, flupp. So. Ein Companion-Cube rein. Text rein. Äh... Mischer. Unterstrich. XXX. Unterstrich. 99. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Jawohl. Zwei... Stamps. Und dann kommen... Nehmen wir nochmal hier... Drei Fimfer. So. Flupp. 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 Dann natürlich... An den Street-Digger... Zwei. Da muss ich mir nachschauen. Dort ist richtig geschrieben. Zwei. 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 Server. Also... Ja, wir haben hier ein neues Plugin drauf, weil, naja, einigen es auf die Nerven ging, dass der Chat so voll gemeldet ist. Was ich nur so nachvollziehen kann. Nachvollziehen. So, zack. 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 Dann... Der... So, nochmal kurz gemütet, Entschuldigung. Der Olli 82, war gerade irgendwie bei 88, frage mich nicht, wieso. Auch der kriegt einen Brief. Und dann natürlich noch an den Grey Panther ein. Hoffentlich richtig geschrieben. Jawohl. Und... Startung V. Und Abi. So. Ähm, wer weiterhin nochmal mir kleine Geschenke checken möchte, der gehört auf jeden Fall auch so ein Companion Cube. So. Ich stelle mir meinen nach oben. Kommt schön bei mir ins Haus rein. Hier schön ans Bettchen, schön an die Fußecke. Boah. Na, wutzi, 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 wutzi. Man könnte nur ganze Cent meinen, ich habe einen an der Waffel. So, auf jeden Fall. Ähm, dann, ich hatte offscreen auch noch was Pflanzen gezüchtet, beziehungsweise ähm, hier Aquicraft gemacht. Wo habe ich das Questbuch hingetan? Ja, da wohl da. Ähm, wir haben jetzt Sojabohnen. Das heißt, im Klartext, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen noch einen Presser. Und das heißt, wir brauchen einen Living Rock wieder. Habe ich unten noch einen Living Rock liegen? Ja, aber das wird so wenig sein. Was ich jetzt aber mal schauen wollte, ob das geht. Ey, cool. Der erkennt das. Ja, geilo. Der erkennt ich hier den Stone an, obwohl der einfach nur so drin ist. Finde ich cool. Ja, die ganze Ebene hier. Ich bin froh, dass wir noch nicht so viel gemacht haben mit Botania. Das wird jetzt mal nach oben verlegt. Wobei ich mir überlegt habe, ich vielleicht die erste, äh, den obersten Ring für einen Mala-Schweiger zu verwenden. ähm, also einmal so rundherum mit Mala gefüllt. Und dann halt hier für Terras-Diel überall so ein Spark dran. Ich weiß nicht, ich baue, ich denke wieder so ein bisschen überdimensional. So, boi, Entschuldigung. Was können wir denn noch machen? Ähm, hier, der Thermionic Fabricator, den werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Für die VZ-Farm alleine schon. Das heißt, wir werden Bronze gebrauchen. Äh, aller Anfang ist schwer. Ja gut, der, hier, der Auto-Packager. Wir kriegen zwei Machine Frame Basics, die werden wir gut gebrauchen können. Basic Capacitor Bank, Diamonds ist das kein Thema. Das dürfte kein Thema sein. Jawohl. Ich glaube, das gibt doch kein... Äh, ich... Ähm, Enderperl, ja gut. Wird kein Thema sein, weil wir ja die Endriller-Seeds haben. Hier, da braucht man nur Nance-Done drunter. Blank-Ab... Ja gut, das sollte... Das ist auch kein Thema. Den könnten wir nachcraften. Hier, nachdem sind wir dann gleich auch schon hier fertig, wenn hier nichts mehr kommt. Wie sieht das hier aus? Ja... Lava-Coil. Okay, die wird für... Ah, die brauchen wir mal brauchen für Advanced Generators. Auf jeden Fall möchte ich mit dem und arbeiten. Äh, ja, oder die Dynamo's. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, und schon geht es weiter. Ich liebe sowas. Aber naja, kann's nichts machen. Ich mach schon mal hier direkt das nächste Living Rock-Zeugs fertig. Oh, wer ist denn da jetzt angekommen? Moin. Jetzt hab ich einen Talk 5-Kern. Ja, ich muss mich noch an das neue Chat-System gewöhnen. Äh, den Presser möchte ich schon noch fertig machen. Da brauchen wir einen Pneumatik-Servo. Wir brauchen Iron Toolboards. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal von dem. Äh, Glas brauchen wir. Haben wir hier aber genau zwei Stück. Blub. 4, 5, 6. 6. So, halt. Wir brauchen sechs Holz natürlich. So, halt. Ach, scheiße. Ich mach grad was. Äh, 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 äh. Ab in den, äh. Boi. Gerade lüptet. Aber richtig. Oh, naja. 1, 1. Halt. So. Dann können wir jetzt schon mal einen fertig machen. Ich vergesse immer wieder, dass ich mit, ähm, Slaps gemacht werden. Oh, ey. Mein Hals ist echt noch nicht so prickelnd. Ich möchte aber zumindest ein, zwei, äh, jetzt noch zwei Folgen machen. Weil ich ja selbst gemerkt habe, dass, ähm, mein Kanal ein bisschen sehr schwach dran war die letzten Tage. Komm, platzieren wir mal hier rein. Was kann der jetzt? Wir nehmen hier Sojabohnen. Schmeißen die da rein. Gehen zurück. Schon fast gedacht. Wir brauchen jetzt von dem allen etwas. Und zwar kriegen wir hier aus Sojabohnen Silken Tofu. Machen wir aber gerade nur die, die wir brauchen. Ja, wir kriegen Kokosnuss-Septings und Psychic-Sambler. Sehr schön. Ähm, ich könnte dann in der Zwischenzeit schon mal das Bronze vorbereiten. Dann mache ich mal etwas mehr. Wlupp, wlupp. Ja, hier haben wir noch Elektrum. Können wir aber gerade ganz kurz zwei Barren nehmen. Ich glaube, einer... Ne, zwei werden benötigt. Ich wollte da mal schauen, ähm... Mal demnächst ein bisschen besseres Werkzeug zu machen. Und das heißt, ähm... Ich wollte mal Magical Wooden-Kleber machen. Einfach, um den dann einmal aufzubessern auf, ähm... 100% Beheading und dann mal schauen wegen Wüßer und sowas. So, das haben wir und jetzt nur noch das da rein. Weil, wer es nicht weiß, Werkzeuge aus Magical Wood haben sofort, also komplett Magical Wood haben acht Modifier. Das Schöne ist, das Ganze kannst du hinter... Du knüppelst erst die Modifier drauf und danach kannst du das austauschen können. Also sagen wir mal jetzt mal hier Magical Wood hat zwar Mining Level Stone, danach könnten wir aber hier wieder Shiny machen. Was ist das eigentlich bei der Mining Speed? Wow, 1,5. Herzlichen Glückwunsch. Schon fast ein Hauptgewinn. Kann man die eigentlich irgendwo herkriegen? Aber dann ist es... Hm. Ist die aktiv? Sie ist aktiv, aber schwer zu kriegen. Ist eine Herausforderung wert. Wir versuchen mal die Olonium zu kriegen. Claim Reward. Sehr schön. Zwei-zeitige Sambler und Kokosus-Zaplinge. So, dann müssen wir nur noch schauen, dass wir hier der Teil noch zu Ende machen. Das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal. Werde ich Oskin hier noch ein bisschen reinknüppeln, reinhämmern. Weißt du was? Ungefähr Ich wollte gerade sagen, ungefähr so. Ja, ungefähr so. So, einmal das Wasser hier wegmachen. Ich will nicht abgetrieben werden. Ich bin ein Wunschkind. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen ordentlich großen Raum, wo wir auch Erze verarbeiten lassen können. Das stimmt ja, die Schaufel war ja so imber. Wie gesagt, wir werden so ein bisschen aus der Materie hier momentan raus. Aber wir werden das schon wieder reinkriegen. Die Schmiede werde ich auf jeden Fall auch dann irgendwie weiter umversetzen und mal größer bauen. Es läuft jetzt auf jeden Fall langsam voran. Und wie, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.